...herauszufinden, wie die Kreaturen überhaupt hierher gekommen sind. Du glaubst, sie stammen nicht von Shear? Sie passen einfach nicht zu der Fauna hier. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Kolonisten sie durch das Eindringen in ihr Ökosystem aufgeweckt haben. Eine Art biologisches Verteidigungssystem des Planeten. Faszinierend, wenn die wirklich so wäre. Ja, oder? Das hier ist echt der beste Job überhaupt. Ich hoffe nur, dass wir nicht gefressen werden. Da, Vögel! Die Kreatur muss was getötet haben! Halt! Steh! Hier ist ein Mutanten! Fallen bereit! Her mit dem Monster! Wir brauchen den Reparatur. Falle gelegt! Karponen fallen bereit! Das Geräusch! Ich bin ein Tief! Halt! Danke! Okay, schief es euch! Zeig mal, was du drauf hast! Ein kränter Vollkrieg für alle! Jetzt kommen die Schmerzen! Er fliegt! Er war vorgestanden, so ist er mich los. Das war's damit! Heilungsfels ist bereit! Ich bin verletzt! Ich muss zugeben, wir müssen verabschieden, wir müssen verfriedigen. Das nächste Passwort, endlich! Auflaufen, jetzt! Nein! Ja! Nein, so! Bleiben noch ein oder zwei Millionen! Wackelt! Wir sahen Shelley, das gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018